Guten Tag, ich befinde mich jetzt im Zug in Mannheim, der hier noch nach Frankfurt fahren soll. Es ist Freitag. Ich hoffe, heute Verschiedenes noch machen zu können, obwohl ich nicht hinein kann. Ich habe keine Fachbesucher, gerade nicht. Aber es ist eine Demo gegen Höcke, auch gegen Höcke von der AfD, die heute auch nur auftauchen soll. Ich hoffe auch, den Helmut Seekhaler, den wieder Zerilichter zu treffen. Von daher habe ich heute auch meinen berühmten Aufladen nicht dabei, weil ich verschiedene Sachen brauche zum Wechseln. Ich habe einerseits mein T-Shirt, andererseits auch verschiedene Dinge, und übten und verschiedene Dinge für die Demo, sodass ich vielleicht ein wenig Reklamen machen kann, für meine Hartz IV-Mücher, aber auch für die Demo dann richtig gegrüßt bin. Ich kann zusätzlich noch den Tauchnagel, die wäre doch etwas zu finden worden. Ich versuche auch einige Bevorwurfs zu machen, und diese Aufnahmen hier, da war auch noch ein schönes Stoppschild, gegen die AfD, das fliege ich jetzt natürlich auch nicht, jetzt habe ich nur den Zug fährt, fährt ans Ziel und auch noch mal fließt. Und nicht. Bis bald. Bis bald. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Ich war zuerst am Kinderbahnhof, weil wir sind mehr. Da waren etliche Menschen versammelt, die dann später auch in Richtung Buchmesse gezogen sind. Ich zähle mich dann auch mal mit meinem Bauchladen schon mal vor und habe noch versucht, ein wenig mit meinen Büchern Reklame zu machen für die Bücher. Und Helmut Seethaler habe ich auch wieder getroffen. Auch wieder getroffen und da hatten wir im richtigen Moment die richtige Sorte Mineralwasser besorgt. Sehr schön war das und auch ein paar Fotos von mir gemacht. Ansonsten war ich anschließend dann auch noch mal auf der Messe selbst. Leider ist es ein bisschen laut hier, aber ich hoffe, ihr versteht mich. Und trotzdem, es ist so, dass Musik läuft ohne Grund, Menschen telefonieren in meiner Nähe und dergleichen mehr. Ja, was wollte ich sagen, ja, ich habe verschiedene Fotos gemacht, von Amnesty International und anderen wichtigen Dingen. Und ich war natürlich auch am Stand von Titanic und konnte noch die Lichtgestalt Martin Voleborn fotografieren und die faszinierende Frau Moppel nahezu, aber später mehr. Jetzt werde ich mich langsam anhand meiner Füße in Wiener woanders hingehen und hoffentlich morgen wieder hier präsent sein. Vielen Dank, alles Gute, see you! Musik 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 Ja, nie mehr, ähm, nie mehr Nehnsorinnen und Leser. Ich bin in Mannheim. Es ist Sonntag. Ähm, mal wieder viel zu spät. Aber, äh, ich versuche trotzdem zur Möchmesse noch zu kommen. Und haben mir noch eine interessante Sache ausgedacht. Mal schauen, ob sie können. Ich habe hier in Mannheim was Erstaunliches festgestellt. Ich, ähm, verstehe die Lautsprechern durchs Sagen. Meistens zumindest. Und damit wäre dann, ähm, mein, äh, mein, äh, mein, ähm, mein Buch, ne, mein, ähm, mein Buch, ne, nur noch teilweise äh, gültig. Aber, ähm, aber ich nehme an, ähm, ich nehme an, ähm, da ist nur was kaputt. Und, ähm, das wird, ähm, jedenfalls repariert, ne. Ähm, ja, ich schreibe ja nicht nur Hartz IV, ne. Und, ähm, ich schreibe ja auch sowas, ne. Ansonsten, die Aktion, die ich mir heute überlegt habe, äh, bezieht sich auf den Herrn, ähm, auf den Herrn Heil. Die Kerstusreihe. Und es gibt ja einen Stand der Bundesregierung, äh, einen Stand der Bundesregierung auf der, auf der Frankfurter Buchmesse. Und da wollte ich, äh, äh, gerne mal ein, ähm, ein Geschenk an den Herrn Heil abgeben, nicht wahr? Und, äh, ein schönes Dreierpack und, ähm, mit allen drei Büchern und, ähm, direkt von mir an ihn. Und, ob das ankommt, keine Ahnung, wir sehen auf dem Plan, äh, ansonsten, nix, wahrscheinlich nach Fotos. Und, erstmal, alles Gute. Und, auf Wiedersehen. Westrée von motifflüssig. Eine Miete. Liebe Leserinnen, und Leser. Liebe Mitmenschen. Ich melde mich am Sonntag, mal so zwischendurch, von der Buchmesse und immer noch in Frankfurt. Der Tag ist noch nicht rum, mal schauen, dann mache ich noch ein paar Fotos. Aber es gab schon ganz interessante Dinge. Insbesondere habe ich ja versucht. Am Stand der Bundesregierung, der Bundesregierung, mein Fischerpaket abzugeben, für Herrn Hubertus Heil, den Arbeitsminister. Und da habe ich eine sehr interessante Antwort bekommen. Nämlich zunächst hieß es, nein, das geht nicht, der gehört nicht zu unserem Hause. Diese Überschrift, Bundesregierung, wie gesagt, ich habe dann etwas erstaunt gefragt, ob der Hubertus Heil wirklich nicht zur Bundesregierung gehört. Darüber dachte man dann ein wenig nach und meinte dann doch, das wohl schon. Aber ich sollte das noch mit der Post schicken an das Presse- und Informationsamt in der Bundesregierung. Und ich sprach darauf hin, nun, hier ist die Buchmesse, jetzt ist die Bundesregion einmal direkt vor Ort. Da wäre es doch schade, wenn ich Ihnen das nicht geben könnte. Und ich zog dann schnell einen 20-Euro-Schein aus der Tasche, lehnte ihn auf die Mütter und sagte, falls Sie Unikosten, Portokosten oder dergleichen haben, nehmen Sie bitte diese 20 Euro dafür. Die Dame, nach Terminer, eine Zeitung nach, lehnte dann einmal die 20 Euro doch ab und entschloss sich, todesmutig, mir zuzusagen, dass das Buchverkehr weitergeleitet wird. Ein Foto lehnte sie einmal ab, eines, was ich ihr, ich frug natürlich, ob ich das darf, sie schien nicht zu verstehen. Ich machte ein Selfie, daraufhin verstand sie, nur stand natürlich auf einer Löschung vor ihren Augen, die ich selbstverständlich als Fußball-Bundesführer sofort ausführte. Ich habe aber vorher und nachher ein paar Fotos gemacht und wollte euch das nur gleich mal berichten. Alles andere Land im Foto. Vielen Dank, alles Gute. Live long and prosper. See you. Live long and prosper. Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018